Alles klar, let's go! Seid ihr bereit für den Wolkenklatscher? Das wird was! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel. Mir geht alle Leute! Es wird Zeit für eine neue Pie-Face-Challenge und zwar... Der Wolkenklatscher! Der Wolkenklatscher! Ein neues, ja, Pie-Face-Spiel! Eine neue Variante, ne? Also ich glaube, das ist schon die dritte Variante jetzt. Mit, äh... Hau den Lukas nennt man das sonst, glaube ich, ne? Hau den Lukas, genau. Genau, und die Variante werden wir heute spielen. Wir kennen natürlich die anderen Varianten, die wir bisher gezockt haben. Eins... Zwei... Ahahahahaha! No! Eins... Ahahahahaha! Drei... 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 Ja! Die normale gab's, dann gab's Minions, dann gab's noch Pie-Face... Achso... Minions haben wir noch gar nicht gezockt. Das DL gab's auch noch. Minions ist bei uns, äh, ja, in der Hinterhand. Ach! Ah! Alles verraten! Und... Das kenn ich auch gar nicht mehr. Ich stell's dann Hassbrug eignet für Kinder ab fünf Jahren und, äh, heute wird's dreckig. Das steht auf jeden Fall. Obwohl, ich hab extra hautberuhigenden, äh, Rasierschaum besorgt. Ach schön. Natürlich, ja. Und, äh, ihr merkt, Kathi und Nina, die haben sich auch noch nicht rasiert. Deswegen ist das auch gut. Können wir das nochmal anbauen. Ja, im Video. So, ich bereite das schon mal vor. Wir haben hier natürlich wieder unsere Drehscheibe, ne, die auch vorgibt, welche Schwierigkeiten wir hier nutzen. Genau. Es gibt... Okay, und ich pack hier schon mal Rasierschaum drauf. Es gibt eins, zwei und drei. Obwohl. Ist das die Punktezahl? Das ist, ne, wie oft man hauen darf. Ach so, okay. Die Schwierigkeitsstufen sind die Farben, Leute. Ah, die Farben. Jetzt hab ich's verstanden. Ja. Also es gibt Rot, Grün und Gelb. Und das kann man hier unten... Ey! Und so einen kleinen Schalter einstellen. Und dazu steht immer noch, ähm, wie häufig man mit dem Hammer da drauf hämmern darf. Und wer fängt von uns an? Gibt's da wahrscheinlich was an den Regeln? Ne, da stand... Der Jüngste! Ne, ja, wenn, dann darf ich... Oder soll nicht der mit der niedrigsten Zahl oder mit der höchsten Zahl? Ich wollte grad sagen, wir drehen mal einmal. Kathi hat eine 3. 3, oh, das ist... Haben wir jetzt höchste gesagt? Ja, höchste. Ich hab eine 2. Eine 1. Und dann will ich wohl die hier negativ. Du darfst aussuchen, wer gepieifacet wird. Ah, okay. Uh, ich dachte Kathi wird gepieifacet. Ne, du darfst dich jetzt aussuchen. Ja, gut, ich such mir dann Kahn aus. Yes, danke Kathi, ich liebe dich. Why? Wieso? Wieso tust du das? Wenn du immer so frech bist. Ich bin gar nicht frech. Und außerdem, der, ähm, der, diejenige... Boah. Wer als erstes 3 Punkte hat, der hat gewonnen. Hast du zu viel Rasierschaum gegessen? Das kann sein. Ich drehe jetzt nochmal. Ja genau, jetzt darfst du nochmal drehen. Einmal darf ich schlagen. Einmal Mittel. Mittel, genau. Äh, hier. Auf Geld. Und einmal darfst du jetzt schlagen. So, ich muss jetzt... Wir müssen jetzt alle ein bisschen Platz machen. Ich geh in Deckung. So, ich geh natürlich hier schon rein. Okay. Und jetzt... Achtung. Jaaaa! Ich bin dran. Ich bin dran. Gleich fällt's hier runter. Oh oh. Ich hoffe die Leute haben's überhaupt gesehen. Nicht, dass du das gerade verdeckt hast mit deinem Kopf. Ich glaube nicht. Also wir gehen auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Ja. So, ich pack mal den Rasierschaum. Klingt Kati jetzt ihre Rache? Äh, selbstverständlich. Kati. Ja genau, das hab ich mir schon gedacht. Ich geh grad schon hier hinten hin. Weil ähm... Ja. Ich halte... Ich halte das Brett. So! Darf ich? Ja. Eins. Eins. Genauso wie du. Auch gelb. Guck mal, ob du stärker bist jetzt ich. Es gibt alles! Ah! Aua! Es hat aber ordentlich geknallt, ey! Hat's gek... Ja! Ja, hat's geknallt. Und irgendwie... Aber war das denn hier oben? Ah! Ah! Ich glaube ja. Sicher? Ja, oder? Also... Keine Ahnung. Ich weiß, es hat nur gewackelt. Es hat geklappt! So, du wurdest gepieift. Das heißt, ein Punkt für mich. Und Kati, du darfst jetzt aussuchen, wer als nächstes dran ist. Oh nein, jetzt will ich wahrscheinlich sagen. Ich würd' ja gerne jetzt noch mal Kahn hier... Ah! Oh oh. Völlig unnötig, sowas. Es escaliert schon. Also... Wir sind hier ja ein ernster Kanal. Hier Spaß... Es ist völlig Fehler am Platz gerade. Und sowas hier, das passt gar nicht. Also zu unserem Kanal passt es gar nicht. Es gibt hier bestimmt gleich noch richtig Ärger. Und... Dreimal Gabe. Dreimal darfst du jetzt schlagen? Ja. Mach meine Augen zu, Mund zu. Eins... Zwei... Hey, komm schon! Drei! Oh, da war zu wenig Rasier-Show! Nur an der Nasenspitze hast du ein bisschen was. Ja, ich hab's seit wann nicht gekriegt. Aber trotzdem kriegt Kati einen Punkt. Ja. So, ich bereite mich schon mal auf meine Rasur später vor. Willst du dich rasieren mal? Mal ist gut. Ausnahmsweise rasiert sich gar nicht. Ausnahmsweise rasiert sich gar nicht. Sie ist immer so unrasiert. Oh! Es ist im Auge! Oh! Oder im Mund ist wahrscheinlich auch eklig. Also ich... Mir brennt das auch schon so leicht im Gesicht. Der ganze Teppichboden ist schon voller Rasier-Show. Ich mach das nicht sauber. Okay Leute, mein Finger... Ahhhhh! Mein Auge! Ich seh nichts mehr! Oh nein! Wir müssen kurz unterbrechen, dann muss man aufgehauen... Na! Wir können weitermachen. Ihr braucht gar nicht auf mich achten! Wir können weitermachen! Ich glaub dir gerade dein Auge fährt raus oder so? Du darfst jetzt gerne aussuchen, wer denn gepaifacet wird. Ähhhhhh... Kann. Wieso? Darum. Wieso? Einfach so! Ich brauch keinen Grund dafür! Ich drehe, zwei gelb, alles klar. Am besten noch unten irgendwie festhalten, weil das Ding ziemlich wackelt. Der Wolkenkratzer. Okay, auf die Platz 10, fertig, los. Gilt das als zweiter Versuch? Nein. Wie, du hast doch zweimal gehauen oder nicht gerade? Ne, ich hab nicht richtig gehauen. Was? Das ist ja voll. Ja! Mann! So, Nina, ab hier hinter. Du kriegst jetzt sowas von. So. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie immer. Eine weiße Nase hast du. Wie immer. Zweimal gelb. So. Mach dich mal bereit, Frau Lein. Yes! Punkt Nummer 2! Darf man eigentlich bei zweimal dann nochmal runterklappen und ein zweites Mal runterklappen? Warum bekommst du ständig so wenig hier? Du hast so eine lange Nase wahrscheinlich. Eine lange Nase, das kommt von vielen Lügen. So, zweiter Punkt für mich. Aber das heißt auch, du darfst wieder auswählen, wer jetzt hierhin geht. Ja, ähm, Kati diesmal. Ja. Wir wollen ja ein bisschen Variante schaffen. Direkt. Was haben wir denn heute hier im Angebot? Wir sind irgendwie nur bei Gelb. Drei Rot. Oh! Na super! Drei Rot ist schwer. Also wenn sie das schaffen sollte. Ich dachte Rot wäre besonders gefährlich. Dann aber, hier. Mucki bis zum Geld, Muckis bis zum Geld nicht mehr. Das ist echt schwierig. Hälst du fest? Ich halte fest. Aber bitte nicht auf die Finger. Guck mal wie rot mein Finger ist. Die sind schon draufgehauen. Ja, Doofheit wird bestraft. Ja, ich halte es immer so, das ist zu gefährlich. Okay. Woah! Das war richtig knapp. Ich muss ehrlich sagen, langsam brennt mein Gesicht. Das kommt vom Rasurschau. Wie viel steht jetzt eigentlich? Du hast einen Punkt glaube ich. Ja, ich hab auch einen. Ich hab schon zwei. Kann das schon zwei? So. Kati, du wurdest gepieifacet. Das heißt, du darfst jetzt aussuchen, wer denn dran ist. Ja. Bitte. Mich hast du schon gepieifacet. Denk dran. Du bist uns besonders gefährlich. Aber guck mal wie... Ja, ist ja egal. Ob du bei ihrem Punkt bekommst oder bei mir macht ja keinen Unterschied. Aber stimmt, Nina hat noch zu wenig im Gesicht. Oh, toll. Yes! Ich dreh schon mal. Oh ja. Oh ja, toll. Diesmal wird's was. Ich trink's auf jeden Fall. Oh. Einmal rot. Einmal rot. Ich halte fest. Bitte nicht auf die Finger. Jaaaa! Mh, im Mund. Schmeckt? Nee. Das war Punkt Nummer 2 für Kati. 2, 2, 1. Genau. So, wem gehst du? Äh, ich wähle Kahn. Let's go! Oh, sorry. So. Das ist so... Flo... Flo-floß. Warte mal kurz. Der Rasier-Schwoll passt hier nicht so. So jetzt. Hallo! Ich grüße meine Eltern. Und äh, meine Großeltern. Hättet ihr gedacht, dass... 1 grün? No, egal. Na was? Ach nö! Ich komm mal rum hier. Maaaaaaan! Warte, warte, warte. Warte! Kannst du mich vorwarnen? Nein. Bitte! Du hörst doch das Geräusch! Aaaaah! Ich hab's abgetroffen! Ich hab' gar nicht gewusst. Es ist so ein bisschen abgehoben. Yes! 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 Nina, du bist dran! Oder ist die Prodrekt doch besonders schwer. Nein, nein, grün ist am einfachsten. So, Nina, du bist dran! No! Baaa! Mein Finger! Aaaaaah! Das kann jetzt was werden. So, wo haben wir denn unsere Scheibe? Wieso trag ich denn bei Rot ein? Einmal grüüüüüüüüüü! Harte, das kommt nochmal nach oben. Können wir ein bisschen mehr drauf packen? Ja, ja. Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass es jetzt klappt. Okay? Ja. So. Triffst du sowieso. Boah ey, wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann fress ich nen Besen. Hä? Nö. Die haben schon kaputt gemacht. Geh mal raus. Geh mal raus. Ich mach mal das. Das geht nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Vielleicht ist der Nasierschaum zu schwer. Das kann sein, dass es da nicht umkippt. Das kann sein. Komm, wir holen ein bisschen runter. Ja, aber ich bin jetzt raus aus dem Schneider. Ne, ich dreh nochmal. Weil das war bei mir eben grad aber auch. Ja, okay. Gut. Dann sind wir quitt. Dann sind wir quitt. Das stimmt. Alles klar. So, wen wählst du? Ich wähle Kati. Kati hat jetzt jede Menge Spaß mit dem Schleim, würde ich grad sagen. Das fass ein bisschen wie Schleim, ne? Ja. Und dass es mehr an den Händen klebt. So Leute, ich muss übrigens heute noch Passfotos machen. Vielleicht sollte ich, äh... Sieht doch gut aus. Was ist denn so? Warte, dir fehlt noch ein bisschen was auf der Stirn. Ist ja aus dem Schneemann, glaub ich. Zwei grün. Obwohl, das war jetzt eigentlich auch Mittag. Nina, du bist sowas von einem veräppeln hier, ne? Was denn? Soll ich noch einmal? Wie bist du am Cheater? Nein, jetzt wach! Mensch! Okay, du musst festhalten. Ein Cheater bleibt immer ein Cheater. Dann halt mal fest. Halt dich fest? Okay. Was ist denn auf grün? Ja, ist auf grün. Du bist so nah dran. Ich treffe deine Hand. Okay, entschuldige. Okay, bin ich noch drauf? Nina, ganz ruhig. Auf die Plätze, fertig, los. Hast du noch was abgekriegt? Bisschen. Bisschen. Aber mittlerweile merkt man auch nicht mehr. Ne. So. Alle haben zwei. Ja. Kati, wen wählst du? Genau. Ich muss jetzt hier treffen, dann hab ich gewonnen. Du musst kluge entscheiden. Wer war denn noch? Alle abends zwei. Alle waren hier schon hinter, ne? Ne, gar nicht. Ich war noch gar nicht dahinter. Na gut, ich will mal wieder Kahn. Yes! Worum freu ich mich eigentlich? Was? Ich auch nicht. Vielleicht weil ich... Weil du es jemandem Heim zu halten willst. Keine Ahnung. Ich halt hier wieder die Scheibe. Für euch. Leute, fragt eure Eltern um Erlaubnis, ob ihr das überhaupt spielen dürft. Oder fragt nicht und kriegt danach Ärger. Oder so. Risiko. Wir haben unsere Eltern nicht gefragt. No risk, no fun. Ja. Mama, darf ich? Ja gut, ich glaub. Nina ist sowas... Ich bin echt empfindlich, was das angeht. Ich hab eine empfindliche Haut. Zwei Gelb. Zwei. Für sensible Haut was gekauft. Ich wollt grad sagen. Zwei Gelb. Kati, hau rein. Ich stell jetzt auf Gelb. Ich hält fest. So. Auf die Plätze. Fertig. Nein! Oh, das hör ich wieder runter. Okay. Ich hab gewonnen. Yeah! Hast du jetzt schon gewonnen? Ja. Macht das nicht zu Hause nach oben. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Rasierschaum, Daumen nach oben. Oder einen Hammer nach oben geht auch. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann unten. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren und auf dir das Glöckchen drücken. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschau!